und schon mit diesem motorisierenden hat zu entfüßen was weiß ich nicht begrüße ich euch zunächst nach erster da mal vorbei nur los es gibt gleich um in den Satz ins Köln gewesen diesmal macht es besser noch mal zu gehen wenn sie was bringt ich werfe erst mal in den Smokenade sonst ist hier niemand mehr oder? na ich setze mich trotzdem mal hier hinten hin vielleicht will ja noch jemand stressen haben mit mir und ja sieht so aus als wollen noch mal welche mit mir stress haben der nimmt auf jeden Fall Kurs auf B die alle Kurs auf C na zwei nehmen Kurs auf B okay dann denke ich mir laufe ich da lang gleich wenn ich es überliebe vielleicht habe ich auch einen Sniper übersehen oder so es dauert echt immer ewig die Flaggen einzunehmen es dauert echt immer ewig die Flaggen einzunehmen oh hat gerade geleckt ein bisschen ich habe schon wieder nichts gesagt nein die ganze Aufnahme ist Schrott alle haben abgeschalten als ich nichts mehr gesagt habe weil sie dachten mein Mikros machen ja letztens sobald ich übrigens Sniper aufnehme ich habe ein schönes Gameplay und am Ende ist mir aufgefallen ich habe nicht den Ton aufgenommen das müssen wir uns auch erstmal schaffen das müssen wir uns auch erstmal schaffen ja hey man, ich habe eine Abwehr hier lol das ging ja gerade ab das ging ja gerade ab ich will das so nun überleben aha, ich hatte so ein Glück, dass ich das überlebt habe ich weiß es nicht zack 12-0 war nicht so schlecht ich bin denn die ganzen Leute schon wieder her ne so ist die ganze Zeit flumfig rein woa alter Schwede da werden wir aber arg äh beschossen ich weiß nur die Nase jucken ey oh ne oh lass mich oh ne ey lass mich nein 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 lass mich alle in ruhe man nein mann mannometer wurde gekillt da gibt es ja nicht so was passiert dass ich gekillt werde mann kommentarisierung von arsch kann da man was ich will das wird eh nicht besser wird eh nicht besser ich bin man kann nicht sagen ich habe gekämpft ich habe versucht die flagge einzunehmen drei minuten ich bin voll der profiler profiler sind doch ganz anderes oder wir haben die Kontrolle über D verloren Mannee Junge Mannee Junge Oh der freut sich jetzt voll über seinen L-Satellit und kann sich auf jeden Fall mal wir haben hier richtig auf den Sack jetzt dieser Epic Toad also dieser Pilzkopter aus dem Ding da der geht mir richtig auf die Nerven das ist unglaublich wie einem Leute auf die Nerven gehen so habe ich ihn den Epic Toad Den Epic Toad Desk den empowerment Ok von mir ich bin so auf die nerven das ist nicht mehr normal wer mir auf die Nerven geht man so, den nehmen wir mal auf dem Weg zu C ernsthaft Leute, ihr habt einen einzigen Typen C einnehmen lassen na, es ist dieser Double 30, der nationalen Sattel wow LZVDW, ich höre es schon wieder oh man ey, es hat wieder geleckt und ich habe wieder nichts getroffen aber das ist auch egal denn die Runde ist schon zu Ende ja war denke ich mal gar nicht so schlecht ein 24-2 lässt sich sehen und dann bis zum nächsten Mal, ciao live auf auf Vielen Dank.